Man soll es nicht glauben, aber ich lese sehr viel. Aphorismen, Philosophie. In dem Fall habe ich immer rumgekramt. Manchmal habe ich keine Ideen zum Texten. Und dann habe ich so ein kleines Buch von Heinrich Heine gehabt und habe mir seine Gedichte durchgelesen. Also ich habe dann mit dem Buch gesprochen. Ich spreche ja gerne mit Papiersachen. Bei Big Brother habe ich mir eine Tüte gebaut. Mein Rudi. Ich habe also mit dem Buch gesprochen. Und ich habe so getan, als wenn Heinrich Heine bei mir sitzen würde. Ich meine, die Dinger sind so alt. 18. Jahrhundert. Mein Gott. Aber so schöne Sachen. Die Sprache. Ist einfach... Was für eine schöne Sprache die hatten. In welcher schönen Sprache die geschrieben haben. Nicht lange täuschte mich das Glück, dass du mir zugelogen. Sei ehrlich unter uns. Das war dann wieder, wie oft hast du mich betrogen. So eine geile Liebesgeschichte.